BITS 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 HEH! Ciao ragazzi, was geht euch? Es ist ein Spiel mit einem Start. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt die ersten Runden Warzone 2 hinter mir. Und ja, was soll ich sagen? Nach ein paar Runden war ich dann so langsam drin und hatte dann wirklich eine sehr intense, sehr, sehr geile Runde. Hab ein paar Kills gemacht Und bin auch sehr glücklich über mein Placement. Hier ein kleiner Zusammenschnitt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo, über ein Like und natürlich auch über einen Kommentar freuen. Wie findet ihr das, dass ich so ein paar Warzone Call of Duty Videos mache? Schreibt es mir gerne rein und jetzt viel Spaß. Ich bin halt echt so ein Schisser bei Battle Royale. Ich hasse es. Ich check es nicht. Da hinten ist noch einer. Ruhig jetzt. Nein. Ich pushe dich so weg. Der haut ab. Du haust nicht ab, Kollege. Der haut ab. Der haut echt ab. Er will den Krieg. Er kriegt den Krieg, Alter. Bro! Hoch! Er will zum Heli. Er will zum Heli. Ich wusste es, dass er zum Heli will. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Wieso bin ich so schlecht? Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich sagen, dass die Zone so reinhaut. Kämpfe für deinen Wiedereinstieg. Im Grunde mache ich die Regeln. Tötet zum Entkommen. Sterbt und ihr bleibt für immer. Er will sich keiner mehr zum Kämpfen machen. Bereit machen für Wiedereinstieg. Ich freue mich nicht so sehr. Du hast nur weniger schlecht als dein Gegenüber. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Nice. Oh nee. Feindliche Drohne aktiv. Oh nee. Ja, hab ich gesehen. Okay Leute, Achtung. Das zählt nicht. Ah, ich bin so schlecht. Ach du Scheiß. Ach du Scheiß. Ach du Scheiß. Nur ein Bot, nur ein Bot, nur ein Bot. Das war nur ein Bot. Ruhig. Das war weggebugt. Auch cool. Kann man auch mal machen, ne? Das ist der Bruder. Wo ist er? Das ist der Bruder. Ich glaube, das ist Cutsch, was ich gerade mache. Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ruhig. Okay, zwei Blend, zwei Splitter. Ich bin eigentlich gut in der Zone, glaube ich. Bush Place. Die Bush Place kann ich. Wenn ich eins kann, dann sind das Bush Place. Du verlierst deinen Boden. Du verlierst deinen Boden. Alter. Drei Platten gebrochen. Oh mein Gott. Ruhig. Geh in diese Richtung. Oh mein Gott. 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 Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone. Jo, taucht da jetzt auf und ladt nach. Nein, was? Ich hab mir überhaupt nichts mehr kapiert. Dicker, was? Wieso? Ich dachte, der eine wäre ausgedacht. Oder was hat der da gemacht? Oh mein Gott, zweiter Platz. Ich bin trotzdem geil. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, ich hab's leider aus der Hand gegeben und ich kam überhaupt nicht mehr klar aus meinem Leben und war total nervös. Ey, aber geil. Kills schon gut. Placement gut. Boah. San Francisco. Boah. Fuck. Alter. Boah, die geilste Runde war son ever. Ich bin so drin. So, wer hat hier rein, wer, wer hat hier reingesuppt? Die banne ich jetzt erstmal hier weg. BluePain. Ey, wirklich. Ich, ich bin halt WoZone, ne. Heute, ich bin das erste Mal in WoZone 2 heute reingegangen. Alter, mein Herz. Ich bin ja, ich bin ganz ganz cool. Hallo. Mein Schatz. Ich bin ja, ich bin ja. Hey. Ich bin ja, ich bin ja da auf Instagram. Untertitelung des ZDF, 2020